Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 93 und wie ihr unschwer erkennen könnt, hat sich das Setting ein wenig verändert, denn ihr seht jetzt sowohl mich als auch mein Mikrofon, als auch gleich noch ein bisschen mehr zu dem ganzen Thema, denn die Alpcast Serie, die hat sich ein bisschen verlaufen in letzter Zeit und wir hatten wirklich wenig, ja, wenig Episoden in den letzten Monaten. Und gerade nach dem Frühjahr hat sich ergeben, dass das irgendwie, ja, so nicht mehr ganz weitergehen kann, denn mir wurde das Format ein bisschen zu wenig interaktiv und ich finde, so ein bisschen leben Podcasts auch davon, interaktiv zu sein und das hat früher bei den YouTube-Kommentaren immer deutlich besser funktioniert als mit dem E-Mail-System, denn viele von euch haben halt einfach nicht so die Motivation dazu, E-Mails zu schreiben, das verstehe ich auch, ich habe auch immer wieder Nachrichten bekommen, dass die E-Mail-Geschichte aufwendiger ist, als einfach schnell mal einen YouTube-Kommentar zu hinterlassen und das kann ich gut nachvollziehen und deswegen dachte ich mir, man könnte die Podcasts wieder auf YouTube veröffentlichen, aber es ist eben YouTube. Es ist ein Format, das von Bildern lebt und genau diese Bilder möchte ich mit euch besprechen. Deshalb ändert sich der Podcast an dieser Stelle, der Alpcast ein wenig und es wird deutlich bildlicher. Ich möchte euch, und zwar jetzt auch in den folgenden Minuten, werdet ihr das ganz gut sehen, immer wieder einen Kontext dazu liefern, worüber ich spreche. Das ist eine maßgebliche Veränderung zu den letzten, ja, 92 Episoden, denn früher war es ja immer so, ich habe über Themen gesprochen, ich habe Themen angeschnitten und konnte relativ schlecht hinterlegen, worum es eigentlich geht, beziehungsweise auf was ich mich beziehe und so weiter. Und das möchte ich maßgeblich ändern, sodass ihr auch besser nachvollziehen könnt, um was es eigentlich geht, auf was für Quellen ich mich beziehe, worüber man eigentlich reden sollte und welche Artikel beispielsweise konkret gemeint sind. Das alles könnt ihr ab jetzt deutlich besser nachvollziehen, weil es eben auch jetzt die Monitoreinblendungen gibt, auf die ich mich normalerweise eben nur akustisch beziehe. Der Alpcast wird dadurch auch ein bisschen zum Medienpodcast, aber auch wirklich nur ein bisschen, denn es geht eigentlich immer noch um inhaltliche Themen. Es geht nicht nur darum, sich Sachen anzusehen und sich darüber lustig zu machen, sondern ich habe einzelne kleine Clips aus Reportagen beispielsweise, die ganz gut dafür herhalten können, vielleicht kommentiert zu werden oder ein Problem anzusprechen. Und das möchte ich euch heute ein bisschen demonstrieren und ihr könnt mir gerne in die Kommentare unten schreiben. Ich finde es schön, dass ich das jetzt hier so machen kann und das sieht man. In die Kommentare unten reinschreiben, was ihr von dem neuen Alpcast-System haltet und ob dieser Pilot dann eigentlich auch eine Fortsetzung erhalten sollte oder ob ihr sagt, das ist nicht relevant, das ist nicht interessant. Der Podcast kehrt damit also auf YouTube zurück, aber nur, wenn das von euch auch wirklich gewollt ist und wenn ihr das auch interessant genug findet. Deshalb schreibt mir das gerne in die Kommentare und das wird dann so ein bisschen auch darüber entscheiden, wie das Format sich weiter hält. Heute sollten wir eigentlich mal wieder mit dem Wetter anfangen, oder? Nein, komm, wir lassen das Wetter heute weg. Es wird definitiv ein längerer Podcast werden, es wird ein definitiv längerer Alpcast werden. Diese Episoden werden grundsätzlich länger, wenn sie denn so bleiben. Und deswegen lassen wir den Wetterrückblick weg und starten heute ganz direkt mit den zwei großen Themen, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Zum einen möchte ich über, ich sag jetzt mal, die Vorbildfunktion reden, die Medien heute auch generieren. Dazu habe ich zwei Beispiele, einmal vom Bayerischen Rundfunk mitgebracht und einmal von Instagram direkt. Und zum anderen möchte ich euch mit euch heute über das Red-Ass-Thema reden, über das Red-Syndrom, die Thematik, die im Klettersport jetzt in aller Munde ist und tatsächlich die Medien erreicht hat, also die klassischen Nachrichtenmedien. Und das gilt es meiner Meinung nach zu kommentieren, beziehungsweise darüber genauer zu sprechen. Außerdem möchte ich auch kurz im Zusammenhang damit nochmal ein bisschen IFSC-Kritik aufreißen. Wem das alles nichts sagt und wer sich für den Klettersport nicht so sehr interessiert, der wird den zweiten Teil des Podcasts wahrscheinlich diesmal weniger interessant finden. Aber bleibt dran, denn es ist tatsächlich eine Thematik, die unabhängig vom Sport eigentlich ganz interessant ist, weil sie auch so ein bisschen ein gesellschaftliches, gesundheitliches Bild aufzeigt. Grundsätzlich möchte ich euch heute, möchte ich heute zuerst auf einen interessanten Beitrag vom BR24 eingehen. Der hat nämlich sich gedacht, wir machen mal was Lustiges, beziehungsweise eine Förderschule macht etwas Lustiges. Und der BR hat sich dazu entschlossen, diese Förderschule dabei zu begleiten. Es ging nämlich um die Besteigung der Zugspitze und konkret ging es darum, dass 26 Schüler zusammen mit 15 Pädagogen die Zugspitze besteigen wollten. Das Ganze war auf drei Tage ausgelegt, also Tag 1 Aufstieg bis zur Hütte, Tag 2 Aufstieg bis zum Gipfel, wieder zur Hütte schlafen und dann runter. Und, also Tag, ja, also dann quasi drei Tage. Diese drei Tage haben sich ganz interessant gestaltet. Deswegen haben sie dann auch letztlich eine 19-minütige Reportage darüber gemacht und haben dabei die Lehrer und Schüler so ein bisschen begleitet. Grundsätzlich eine interessante Idee, vor allen Dingen aus dem Aspekt heraus, dass wir ja noch alle im Hinterkopf haben, was letztes Jahr in den Alpen, ich glaube es war im kleinen Walsertal, passiert ist. Da sind nämlich drei oder vier Lehrer zusammen mit ihren 70 Schülern, müssten es gewesen sein, irgendwo festgesteckt und haben sich dabei auf eine Tourenbeschreibung verlassen, die vom berühmten, heute mittlerweile eigentlich berühmten Andy kam. Und der Andy 84, der war damals der ausschlaggebende Faktor, warum diese Leute auf die Tour gegangen sind und dann letztlich diese Katastrophe auch für die Bergrettung ihren Lauf nahm, auch wenn natürlich alle zwar nicht unverletzt waren, aber alle überlebt und mehr oder weniger gesund und munter ins Tal gekommen sind. Das Interessante bei dieser Geschichte mit der Zugspitzwanderung ist, dass man nicht genau weiß, ob das alles danach stattgefunden hat. Vermutlich hat es danach stattgefunden, denn es liegt jetzt doch schon mal ein ganzes Jahr dazwischen. Jetzt muss man aber wissen, dass sich in Medienarbeiten oftmals sehr verzögert erscheinen, denn da steckt viel Regie- und Dreharbeiten dahinter, da steckt viel Produktionsaufwand dahinter. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass alle Beiträge, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erscheinen, gerade zum Thema Bergsport, auch wirklich immer sehr tagesaktuell sind. Das sieht man auch beispielsweise, wenn man sich SRF-Dokus ansieht über die Berge, über you name it, also vom Matterhorn oder dem Eiger beispielsweise. Wenn die erscheinen, sieht das doch immer ganz anders aus in den Bedingungen, als wie es sich letztlich im Video oder halt dann auch im Fernsehbeitrag darstellt. Das hängt eben damit zusammen, dass meistens eine relativ lange Zeit dazwischen liegt und das oftmals dann auch saisonal abgestimmt wird auf das Fernsehprogramm. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass die das letztlich wissen könnten. Also sie könnten wissen, was da vorgefallen ist und sie könnten ihre Lehren daraus gezogen haben. Und ich kann grundsätzlich diese Doku oder diese Reportage sehr empfehlen, denn sie zeigt, dass es anders gehen kann, dass man mit Schülern durchaus eine alpine Unternehmung machen kann. Da kann man jetzt natürlich darüber streiten, wie schwierig oder nicht schwierig das letztlich ist. Aber wenn man grundsätzlich gut vorbereitet ist, dann kann das schon funktionieren. Und auch wenn natürlich das Verhältnis zwischen 26 Schülern und 15 Pädagogen ein ganz anderes ist, als bei drei Lehrern und 70 Schülern, ist das natürlich eine grundsätzliche Frage, wie gut gehe ich überhaupt in der Organisation vor, damit ich dann sowas sicher umsetzen kann. Die 26 Schüler, die hier unterwegs sind, kommen aus einer Förderschule. Im Prinzip bedeutet das nichts anderes als Schüler, die auf Regelschulen sozusagen nicht so zurechtgekommen sind und deswegen quasi in eine eigene Schule gepackt werden. Und in diesen Förderschulen geht es ja oftmals auch ein bisschen wild zu, weil die Kinder oftmals vielleicht eine schwere Geschichte hinter sich haben und deshalb auch teilweise verhaltensauffällig sind. Und das in Kombination mit Lehrern oder Pädagogen, die diese Schüler kennen, in einem doch recht alpinen Setting, auch wenn natürlich der Weg über die Partnachklamm auf die Zugspitze nicht sehr komplex ist, ist trotzdem eine spannende Sache. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade deshalb der Bayerische Rundfunk auch gesagt hat, komm, das wollen wir begleiten. Ich befürchte so ein bisschen, dass der eigentliche Hintergedanke war, man könnte da im Idealfall eine sehr katastrophale und dramatische Story daraus machen. Das ist aber jetzt natürlich ein Vorwurf. Es wurde zu keiner katastrophalen und dramatischen Story. Tatsächlich wurde es zu einer sehr erfolgreichen Story. Natürlich hat man das dann letztlich trotzdem ausgestrahlt, aber es wirkte oftmals so, vor allen Dingen in den einzelnen Kommentaren seitens der Moderation, dass man das Wagnis so ein bisschen in den Vordergrund stellen wollte. Wäre von Anfang an klar gewesen, dass das alles reibungslos funktioniert, wäre der BR mitgekommen? Wahrscheinlich nicht. Aber das könnte man auf jeden Fall dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich vorwerfen. Es gibt eine gewisse Tendenz dazu, dass wenn in der Bergberichterstattung etwas passiert, dass es etwas Negatives ist. Also Erfolgserlebnisse und erfolgreiche Umsetzungen von egal was sind in der Medienlandschaft, im Bergsport sehr uninteressant. Das heißt, wenn wir danach suchen, gibt es Leute, die abgestürzt sind irgendwo, gab es einen Bergunfall, gab es einen Erdrutsch, gab es sonst was, ist das sehr, sehr viel leichter zu finden und in der Quantität sehr viel häufiger anzutreffen, als jemand hat eine erfolgreiche Erstbesteigung gehabt. Das ist dann etwas, was sehr nischig betrachtet wird, wenn jetzt beispielsweise irgendjemand eine Erstbesteigung in Nepal von einem Berg schafft, dann ist das eine Sache, die eher in den Fachmagazinen oder vielleicht mal in einem Podcast oder vielleicht irgendwo auf einer Newsseite präsent ist, aber definitiv nicht in der großen Masse in irgendwelchen Nachrichten. Bei Negativmeldungen ist es schon so, also gerade in Österreich beispielsweise ist die Kronenzeitung eigentlich fast schon dafür berühmt, dass es eigentlich immer eine Berichterstattung gibt, wenn irgendjemand irgendwo abstürzt und meistens wird dann auch nochmal ein bisschen draufgehauen, dass das ein Deutscher ist oder ein Holländer oder sonst was, der da gerade als Tourist unterwegs war und wenn es ein Einheimischer war, wird da nicht so draufgehauen und gerade die Kommentarsektionen sind dann meistens wirklich Gold wert, aber in dem Fall ist es so, positive Berichterstattung, wobei ich bezweifle, dass es tatsächlich davon ausgegangen wurde, dass es positive Berichterstattung wird. Ich bin der Meinung, dass an dem einen oder anderen Punkt definitiv auch die Sache am Kippen hätte sein können, wenn eben die Pädagogen nicht entsprechend gut reagiert hätten und ich glaube, dann wäre daraus auch ganz schnell eine große Schaudergeschichtenberichterstattung geworden, die sich letztlich einfach besser geklickt hätte. Aber die Förderschule auf der Zugspitze hat sich ebenfalls ganz gut geklickt. Mit 340.000 Aufrufen in sieben Tagen hat sich der Bayerische Rundfunk da tatsächlich mal wieder ein Goldstück erarbeitet und ein paar Szenen davon sind relativ interessant. Zugspitze. Ganze 15 Lehrkräfte und Sozialpädagogen begleiten die Gruppe, vor denen jetzt gut sechs Stunden Wanderung liegen. Und diese sechs Stunden sind etwas, was man natürlich 26 Schülern schon mal zutrauen kann. Die Frage ist natürlich immer, wie ausgebildet oder wie erfahren sind die? Im Laufe der Reportage wird klar, sie sind gar nicht mal so professionell darauf vorbereitet. Viele davon haben sowas noch nie gemacht. Viele davon waren noch nie wandern. Und dann ist eine Tour auf die Zugspitze natürlich etwas Interessantes. Denn der Ansatz der Pädagogen war auch ein pädagogischer. Nämlich, das sagen sie selbst dann später in der Reportage, wir wollen, dass die eine Grenzerfahrung haben, dass sie sich selbst besser kennenlernen, dass sie auch im Umgang untereinander Fortschritte machen und so weiter. Es hat also quasi eine sehr soziale Komponente. Und diese soziale Komponente ist etwas, was man den Pädagogen am Berg theoretisch auch durchaus vorwerfen könnte. Denn diese soziale Komponente ist es, die unterm Strich eigentlich nicht bergsportspezifisch ist, gar nichts mit den Bergen zu tun hat, die auch vollkommen abseits der Berge funktionieren könnte. Die Frage ist also, sollte ein Setting wie der Berg gewählt werden, um etwas dergleichen darzustellen oder auszuprobieren. Dafür kann man auch in den Klettergarten gehen. Dafür kann man auch Canywing machen oder einen Rafting-Ausflug oder sonst was dergleichen. Also Projekte umzusetzen, die ein gewisses Teambuilding voraussetzen, die eine gewisse Zusammenarbeit voraussetzen, die auch eine Grenzerfahrung, gerade psychisch, sein können, wo man sich besser kennenlernt. Das alles hätte auch in anderen Bereichen das Potenzial dafür gehabt. Man hat sich eben für den Berg entschieden, weil es halt nun mal Bayern ist und da stehen halt auch viele Hügel und Berge. Ob das die beste Idee war, ist halt einfach eine interessante Frage, wenn man sich überlegt, was wäre denn gewesen, wenn das nicht gut gegangen wäre. Und das ist etwas, was bei der Reportage leider gar nicht hinterfragt wird. Da macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch grundsätzlich immer einen sehr schlechten Job, dass die gegenseitige Darstellung von, okay, das ist passiert, aber wäre das nicht passiert, was wäre die Ausbildung auf unsere Berichterstattung, das passiert eben leider nicht. Und da versagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch massiv. Denn wäre das Ganze nicht gut ausgegangen, wären die Pädagogen unterm Strich dafür verantwortlich gewesen, beziehungsweise wäre die Idee allein vielleicht schon dafür verantwortlich gewesen. So hat es funktioniert, aber man muss sich halt fragen, hätte es nicht funktioniert, wäre nicht der Berg schuld gewesen, sondern die Pädagogen. Es wäre aber trotzdem auf dieses Bergsetting zurückzuführen gewesen. Es erinnert mich dann manchmal eben auch an diese Berichterstattung bei Amokläufen, dass die Killerspiele schuld sind, weil diese Menschen ja Shooter gespielt haben, beispielsweise. Das ist so etwas, da darf man quasi die Ursache nicht verkennen, aber man darf sie eben auch nicht falsch zuordnen. Und wenn etwas dergleichen schief geht, wie beispielsweise damals im kleinen Walsertal, dann ist das etwas, was schnell mal dem Bergsteigen zugeschrieben wird und nicht so sehr dem Fehlverhalten. Und da bedarf es meiner Meinung nach einer ganz, ganz konkreten Aufarbeitung. Und die findet oftmals in der öffentlichen Berichterstattung nicht so statt. Es gibt aber auch noch eine ganz, ganz interessante Szene, die finde ich deshalb wichtig zu sehen, denn sie zeigt, wie knapp manchmal eigentlich die Vernunft und die Unvernunft unter Pädagogen am Berg aneinander liegen. Und vielleicht auch der Wille. Am Ende der Gruppe hat vor allem der Fünftklässler Armando zu kämpfen. Die Lehrkräfte gehen bewusst erst mal weiter. Wir sind einfach schon mal voraus. Und hier muss man ehrlicherweise sagen, natürlich ist auch dieses Szenario und dieses Setting ungefährlich. Es ist, also, er ist ja jetzt hier nicht im absturzgefährdeten Gelände, sondern eigentlich auf der Forststraße. Aber ich möchte diesen pädagogischen Ansatz ja jetzt gar nicht kommentieren, weil dafür bin ich nicht da, sondern das ist ja ein bergsportspezifisches Setting. Und im Sinne des Berges ist es eine ganz, ganz fragwürdige Lektion, die man einem Schüler da mitgibt, wenn man ihm sagt, so, wir sind jetzt als Team hier, als bergsteigerische Gruppe, und du bist unwillig weiterzugehen, deswegen lassen wir dich jetzt hier im Regen stehen. Diese Vorgehensweise sorgt für eine nachhaltige Message. Er ist im Laufe des weiteren Tages noch mitgekommen, er ist dann nachgekommen und so weiter. Und der pädagogische Ansatz, so wird das erklärt, war eben, dass man sagt, wenn da quasi alle weitergehen, dann entsteht sozusagen ein gewisser Druck und eine gewisse Forderung, eine subtile Forderung mitzukommen. Und das hat funktioniert. Die Frage ist nur, was wir aus bergsteigerischer Sicht daraus mitnehmen können. Und die Antwort ist klar, wenn du nicht mitziehst, dann wirst du im Regen stehen gelassen. Das ist eine fragwürdige Message für jemanden, den man in die Berge schickt. Und ich glaube, dass es schlichtweg, also schlicht und ergreifend falsch ist, so einen Umgang zu pflegen. In einem anderen Setting wurde eine Schülerin, die sich geweigert hat, weiterzugehen, wurde mit nach unten begleitet. Und das ist die deutlich vernünftigere Lösung. Auch wenn man natürlich sagen kann, naja, wenn er sich eine Ruck gibt, dann geht er ja noch mit und so weiter. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, aber es gibt eben bei der Vermischung zwischen einer gewissen Pädagogik oder Erziehung und dem Bergsteigen nun mal eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge steht sich manchmal selber im Weg. Ja, das Überwinden von eigenen Grenzen ist ein pädagogischer Ansatz, aber im Bergsport nicht immer vernünftig oder klug. Und das Risiko einzugehen, hier weiterzugehen, als zu sagen, okay, ich gehe auf die Bedürfnisse der Menschen ein, sondern zu sagen, ich gehe jetzt einfach weiter und ich bin mir sicher, der wird schon noch nachlaufen, unwillig, aber der wird es schon machen, ist ein gefährlicher Schritt. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass es im alpinistischen Sinne, im Sinne des Bergsteigens, ein positiver Anreiz ist zu sagen, wir üben jetzt einfach quasi die Soft Power aus, gehen weiter, lassen ihn alleine stehen und sind uns sicher, dass er unwillig nachkommen wird und dass er einfach mitzieht. Ich weiß nicht, was die Message dahinter konkret für das Kind sein soll, außer komm Junge, geh weiter und bewegt dich. Das ist halt so ein Punkt, wo ich sagen würde, das hätte auch kippen können, das hätte auch richtig schief gehen können, weil wenn ein verhaltensauffälliges Kind dann einfach abhaut, dann frage ich mich, ob die das auch so locker gesagt hätte, wie ja, wir wollten einfach mal weitergehen. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, auch wenn ich sagen muss, es ist nicht alles negativ, was hier passiert. Einen letzten Punkt, den ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, weil er auch nochmal so ein schwieriges Bild zwischen dem Bergsteigen und dieser Pädagogik und der Erziehung und dem Unterrichten aufzeigt, ist folgendes Szenario. Untergebe mir nicht der Pussy. Wer sagt das? Ich. Ja gut, aber dann zwingst du dich ja selber. Ja. Ja, das ist ja okay. Du kannst bei deinen eigenen körperlichen Grenzen erfahren. Und hier wird es halt jetzt schwierig. Die Aussage von dem Pädagogen ist, du kannst jetzt hier einfach mal deine körperlichen Grenzen erfahren. Das ist grundsätzlich ja nicht falsch. Und das ist etwas, was man in den Bergen ja durchaus auch ausprobieren kann. Ich bin da ja auch nicht dagegen. Die Frage ist nur, ob das der Ansporn sein sollte, das zu tun. Denn wenn Bergsport daraus entsteht, dass wir einfach nur versuchen, unseren inneren Schweinehund zu überwinden, dann stellt sich meiner Meinung nach die Frage, ob das die richtige Ursache für die Ausübung des Sports ist. Ich glaube, oftmals wird das auch in der Erwachsenenwelt und nicht nur unter sozusagen Schülern genau deshalb gemacht. Viele Leute fangen mit dem Wandern an, um den inneren Schweinehund zu überwinden, um mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen und so weiter. Und wenn einem das dazu bringt, in den Bergsport einzusteigen und diesen schönen Sport zu machen, dann ist das ja auch ein legitimer Weg. Aber wenn wir von Jugendlichen sprechen, die dann eben doch nicht gerade risikolosen Gelände unterwegs sind, denn die Zugspitze ist, wenngleich leicht, ist es trotzdem möglich, dass er im Geröll ausrutscht und sich mehr oder weniger verletzt. Und ich frage mich dann immer, ob sozusagen die Wertigkeit der Unternehmung und die eigenen körperlichen Grenzen spüren, es das letztlich wert war, wenn die Stimmung kippt oder wenn eine Situation eskaliert, unter Anführungszeichen natürlich, und etwas passiert, was die Pädagogen vielleicht auch nicht so im Blick gehabt hätten, wie er knickt um, er verstaucht sich den Knöchel, er fällt um, hat eine blutige Wunde oder sonst was. Natürlich würden diese Pädagogen, weil sie darauf trainiert sind sozusagen, mit einer gewissen Ruhe reagieren, aber Ruhe allein zeigt ja nicht auf oder löst ja auch nicht das Problem, dass dann vielleicht eine ernsthafte Situation entsteht. Natürlich hilft es dabei, diese zu lösen, aber die ernste Situation wäre nicht entstanden, wenn man sich nicht vielleicht unbedingt die Zugspitze als das Ziel der Wahl ausgesucht hätte. Und ich möchte das ja per se nicht bewerten und ich muss auch ehrlicherweise sagen, als kleiner Spoiler, der Junge hat es geschafft auf den Gipfel und das ist eine starke Leistung. Und diesem Schüler ist überhaupt nichts vorzuwerfen, denn er wurde gepusht, immer weiterzugehen und weiterzugehen. Er hat sich selbst gepusht, immer weiterzugehen. Er sagt ja auch selber, er ist jetzt sozusagen die Pussy, wenn er nicht weitergeht. Dieser Ansatz ist ja für einen Schüler vollkommen nachvollziehbar. Dass ein Erwachsener das so aber weiterführt und sagt, ja komm, geh doch weiter, jetzt kannst du mal deine körperlichen Grenzen spüren, ist, finde ich, in so einem Setting unter dem Gipfel der Zugspitze einfach eine gewagte Sache. Und ich finde, man muss das auch nicht überbewerten und sagen, das war jetzt fahrlässig oder sonst was. Ich persönlich finde nur diese Story, sie heißt ja auch kontrovers, die Story, also vom Bayerischen Rundfunk wird das ja auch als eine kontroverse Sache verkauft, finde ich, sollte man auch als sowas betrachten, nämlich kontrovers, nämlich etwas, worüber man sprechen sollte. Der Bayerische Rundfunk hat das aber nicht weiter reflektiert und das ist halt einfach ein unfassbar großer Fehler an dieser Stelle gewesen und das hätte man weiter aufarbeiten müssen und man hätte auch die Gelegenheit nutzen können, um zu sagen, dass es da auf jeden Fall einen sehr differenzierten Ansatz geben müsste, das aufzuarbeiten. Und weil wir jetzt schon bei differenziert sind, können wir uns eigentlich auch mit dem nächsten Thema beschäftigen, nämlich der Vorbildfunktion. Und die hängt mehr oder weniger direkt mit dem Thema zusammen, denn die differenzierte Betrachtung von Medien ist heute im Bergsport, wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, aber ich bin halt für den Bergsport zuständig, ist heute in den Medien wahrscheinlich so schwierig zu finden wie noch nie. Es gibt wenig kritische Auseinandersetzungen mit den sozialen Medien oder mit den Medien per se. Und das ist es, was mich ein bisschen beunruhigt und das sehen wir beispielsweise an diesem Beispiel hier. Ich habe mal wieder bei Instagram was gefunden und das hat mich sehr irritiert. Und zwar diesen Beitrag hier, er handelt von einer Trailrunnerin. Ich weiß nicht, wer das ist, aber es handelt von einer Trailrunnerin, die man hier sieht, wie sie im Hochgebirge, in der Trailrunning-Ausstattung eben knapp bekleidet im Prinzip mit Trailrunning-Stöcken, einer Laufweste, einer Trinkflasche, bauchfrei und in kurzer Hose den Gletscher runterläuft. Und grundsätzlich macht sie sich darüber lustig in ihren Kommentaren, dass sie, ja, ich sag mal, dafür kritisiert wird. Diese Kritik, ob berechtigt oder nicht, das mag man mal so stehen lassen. Diese Nachfragen sind teilweise berechtigt, teilweise nicht. Teilweise kann man auch einfach sagen, was die macht, soll sie halt einfach machen. Persönlich ist das, was ich verurteile, nicht das, was sie tut. Das verurteile ich zwar auch, aber jetzt in diesem Kontext möchte ich vor allen Dingen die Veröffentlichung verurteilen, denn wir haben im Bergsport ein massives Vorbildproblem. Vorbilder entstehen heute, und das ist ganz unabhängig vom Bergsport, durch soziale Medien. Und diese sozialen Medien haben meiner Meinung nach immer eine Verantwortung. Viel mehr noch haben aber die Creator, die Menschen, die das veröffentlichen, die Influencer, die, einfach die Leute, die eben präsent sind in diesen sozialen Medien, eine noch viel größere Verantwortung. Ja, wir können, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben und bewusst pointiert zu übertreiben, wir können natürlich sagen, dass soziale Medien dafür verantwortlich sind, Beiträge zu löschen, die sich negativ auf die Leute, die das sehen, auswirken. Das können wir. Wir könnten aber eigentlich auch nicht stattdessen, sondern zusätzlich dazu sagen, die Menschen, die dies produzieren, die verstörende Inhalte, Hass, Hetze und so weiter produzieren oder auch einfach fahrlässiges Verhalten, wie wir hier sehen, die sind ebenso zur Verantwortung zu ziehen. Und es reicht nicht, diese Beiträge zu löschen, sondern es ist wichtig, eine deutlich bessere Aufklärung dafür zu haben, dass fahrlässige Inhalte nicht weiterverbreitet werden und vor allen Dingen nicht als etwas Positives propagiert werden. Und hier geht diese Nutzerin noch einen Schritt weiter, denn sie sagt, oder was sie tut ist, sie macht sich sehr offensiv darüber lustig, indem sie in ihrem Reel, was man hier sieht, auch wirklich sagt, are you aware, also sie schreibt dann sozusagen in den Bildtext, für alle Leute, die das jetzt nur hören, things people have said to me as a female trailrunner, also Leute, Sachen, die Leute zu mir gesagt haben als weibliche Trailläuferin, mir ist kalt, wenn ich dich nur anschaue oder auch, bist du dir der technischen Schwierigkeiten dieser Route überhaupt bewusst oder auch, ist es wirklich sicher für dich, hier ohne Pickel unterwegs zu sein oder zieh dir doch endlich etwas an oder weißt du überhaupt, dass es bald dunkel wird und so weiter. Das, was ich hier schreibe, sind Concerns, also Bedenken, die die Menschen äußern und jedes Recht dazu haben. Denn wir sind es nicht gewohnt, als Bergsteigergemeinschaft, Leute in dieser Ausstattung, Trailrunning-Ausrüstung, im Hochgebirge zu sehen. Es kommt aber immer öfter vor, auch mir begegnen immer öfter auf 3000 dann bei widrigen Bedingungen bei minus 5 Grad, Leute, die die Situation gänzlich falsch eingeschätzt haben, nur in ihrer kurzen Hose, in ihrem T-Shirt unterwegs sind, denen dann kalt ist, die aber nicht mehr fit genug sind, um noch schnell zu sein und müde werden. Und das ist ein Punkt, auf den muss man wirklich nochmal konkreter eingehen und sagen, Leute, die in Trailrunning-Ausrüstung unterwegs sind, sind grundsätzlich erstmal nicht gefährlich unterwegs, wenn sie wissen, was sie tun. Das Problem ist nur, dass das Risiko und vor allen Dingen der Spielraum, den sie in Sachen Sicherheit haben, sich deutlich minimiert, wenn sie in diesem Setting unterwegs sind. Das soll konkret heißen, wenn ich keine Zusatzausstattung wie eine Daunenjacke, eine lange Hose, eine Hardshelljacke und Co. dabei habe, dann sorgt dieses Fehlen von Ausrüstung dafür, dass bei einer Unregelmäßigkeit, wie beispielsweise, ich kann nicht mehr in dem Tempo laufen, das mich warm hält, weil ich zu müde bin und muss jetzt gehen und deswegen kühle ich aus. Das sorgt dafür, dass ich in diesem Fall keinerlei Sicherheitsreserven mehr habe und dann in eine Notsituation gerate, die nicht notwendig gewesen wäre, wenn eine entsprechende Vorbereitung stattgefunden hätte. Und hier sollte meiner Meinung nach eine deutlich bessere Aufklärung dafür stattfinden, dass, was diese Leute tun, eine Rücksichtslosigkeit gegenüber ihnen selbst ist und das ist meiner Meinung nach wichtig, denn viele Leute sind sich dem dessen nicht bewusst, was die Risiken hinter diesem lustig aussehenden Trend sind, dass man leicht und luftig unterwegs ist und man nicht viel Ausrüstung braucht und man trotzdem ins Hochgebirge gehen kann. Die Risiken werden hier schlichtweg nicht dargestellt. Dass in diesem Fall diese Frau sagt, things people have said to me as a female trail runner, also dass es daran liegt, dass sie eine Frau ist, ist natürlich nochmal viel absurder, denn es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Es hat einfach was damit zu tun, dass sie einfach vollkommen falsch ausgerüstet unterwegs ist und der Punkt ist, wenn uns ein Fehler passiert, als Bergsteiger, dann haben wir heute, in der heutigen Zeit, in den Ost- und Westalpen den Luxus, dass wir Hilfe rufen können, die dafür sorgt, in der Regel, dass wir überleben können. Diese Möglichkeit wird geringer, die Chance, dass diese Möglichkeit durchführbar ist, wird geringer, wenn wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ich persönlich betrachte es als ein Wehren gegen die Chancen und Möglichkeiten, wenn wir in diesem Stil, im Hochgebirge unterwegs sind. Trailrunning ist eine feine Sportart, zweifellos. Jedoch muss klar sein, dass alles, was wir darüber hinaus, über den klassischen Trail mit Trailrunning-Ausrüstung machen, ein zusätzliches Risiko birgt. Und wenn das nicht klarer kommuniziert wird, gerade in den sozialen Medien, dann ist das wirklich gefährlich. Und ich glaube, dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist und vor allen Dingen eine Frage der Masse an Leuten, die das genauso durchführen, bis da mal was Ernsthaftes passiert. Und das ist für mich gesetzt. Darüber kann man streiten. Aber das zu verbreiten, ist gefährlich, denn, und das ist eben die Vorbildgeschichte, Vorbilder werden in sozialen Medien geboren. Und das sollte meiner Meinung nach im Sinne der alpinen Sicherheit kein Vorbild sein. Es sollten nicht 10.000 Leute mehr das machen. Und dieses Ding ist am 14. Juni gepostet worden und hat 1.300 Likes. Und das haben sicher 10 mal so viele Leute gesehen. Aber genau dadurch entstehen solche Dinge und vor allen Dingen solche Ideen, dass so etwas ja durchführbar wäre. Ich möchte mit euch noch über eine zweite Sache reden, die in letzter Zeit für mediale Wellen gesorgt hat und die meiner Meinung nach auch aufgearbeitet werden sollte. Denn auch hier gibt es wieder viel Berichterstattung mit gänzlich wenig Ahnung zum Thema. Und deswegen vielleicht ein paar kleine Ergänzungen dazu. Wer sich für den Klettersport interessiert, der wird wissen, dass Kletterer besser klettern, wenn sie leichter sind. Leichter Kletterer heißt nämlich weniger Gewicht, dass die Wand hochgezogen und hochgedrückt werden muss. Und das sorgt grundsätzlich gerade beim Vorstiegsklettern für eine bessere Ausdauer und damit bessere Ergebnisse in den Wettbewerben. Die Krux an der Sache ist, dass es dafür ja keinen Sweetspot gibt. Es gibt ja nicht dieses Gewicht, wo man sagt, wenn man da ist, dann funktioniert es am besten. Sondern umso leichter du bist, ohne die notwendige Muskelmasse zu verlieren, umso besser ist es. Da spielen auch genetische Faktoren eine Rolle, ob das möglich ist und wie weit das eigentlich möglich ist. Und die Konsequenz, gerade in letzter Zeit oder eigentlich in den letzten Jahren, war, dass Kletterer immer leichter und leichter wurden. Vor allen Dingen die Lead-Kletterer, jetzt ist es so, Magersucht ist etwas, dieser Begriff ist eher aus dem gesellschaftlichen Kontext bekannt. Frauen und Männer, aber es sind vor allen Dingen Frauen betroffen, die immer dünner und dünner und dünner werden wollen, um einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen. Das ist so die klassische Definition von Magersucht. Und das ist eben ein Krankheitsbild. Im Leistungssport ist es ein bisschen anders. Da gibt es das sogenannte Red-Syndrom, also Red-S. Und das Red-S ist ein, in gewisser Weise geht es in die gleiche Richtung, aber es hat einen anderen Hintergrund. Also die Gründe dafür, das so zu betreiben, sind andere. Und auch der Umstand ist ein bisschen anders. Denn bei Red-S ist es so, die Kletterer, und das betrifft viele Ausdauersportler, viele Leichtathleten, aber eben auch die Kletterer, die Kletterer versuchen quasi über das Minimum an Nahrungszufuhr und das Maximum an Training eine Kaloriendifferenz zu erreichen, die dafür sorgt, dass Muskeln trotzdem noch erhalten bleiben aufgrund des massiven Trainingsumfangs und der ausreichenden Proteinzufuhr. Und gleichzeitig aber immer noch das absolute Maximum an Wasser und Fett verlieren, um eben möglichst leicht zu sein. Auch Muskeln müssen in der Regel daran glauben, damit man eben so leicht wie möglich ist. Also alles, was an überflüssiger Muskelmasse da ist, sollte am besten auch weg. Das heißt, es wird nie auf Kraft trainiert, sondern es wird auf Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer trainiert. Die Folge davon ist unterm Strich, dass wir eine Entwicklung hatten in den letzten Jahren, die durchaus bedenklich war. Kletterer wurden immer dünner und dünner. Jetzt ist es so, dass Klettern ja in den letzten Jahren beliebter wurde. Das heißt, der Nachwuchssport wurde gefördert. Es gibt mehr Kinder, die mit dem Klettern anfangen wollen. Und dementsprechend gibt es natürlich auch mehr Kinder, die mit dem Leistungsklettern anfangen wollen, die in einem Kader klettern wollen oder vielleicht auf ersten Jugend bewerben und so weiter. Jetzt sind wir hier auch wieder so ein bisschen bei den Vorbildern. Denn wenn man bereits den Jugendlichen erklärt, wenn du leichter bist, da kletterst du besser, dann ist das grundsätzlich erstmal eine Aussage, die faktisch richtig ist. Aber die Schlussfolgerung für das Kind ist oftmals eben, okay, wenn ich leichter werden will, dann muss ich weniger essen. Und das ist gerade in der Entwicklung eines menschlichen Körpers eine ganz, ganz fatale Entwicklung. Denn gerade bei Jugendlichen kann das zu Wachstumsproblemen führen. Und der Standard hat das relativ gut zusammengefasst. In letzter Zeit, also da kommt jetzt ein Zitat, in letzter Zeit ergab sich ein bedenklicher Trend. Einzelne Profis haben es übertrieben. Sie suchen den Erfolg durch Unterernährung. Der Großteil der Athleten macht sich Sorgen um den Sport und fürchtet, dass eine ganze Generation an abgemagerten jungen Sportlern nachkommt. Ärzte warnen vor den Konsequenzen, denn die Grenze zu einer Essstörung verschwindet. Im Extremfall bleibt bei anhaltender Unterernährung die Periode aus oder Knochenbrechen plötzlich und ohne Trauma, weil die Knochendichte sinkt. Eine vermeintlich einfache Lösung wird vom Weltverband blockiert. Die vermeintlich einfache Lösung, von der auch Eugen Butcher, der freiwillig für die ärztliche Kommission ehrenamtlich gearbeitet hat, vom IFSC, also vom Weltverband. Diese vermeintlich einfache Lösung ist im Prinzip einen BMI einzuführen, einen Mindest-BMI, der auch so hoch liegt, dass er wirklich einen Sinn macht. Außerdem sollte man darauf achten, dass Sportler grundsätzlich in ihrem Alltag, bei ihrem Training und so weiter, besser beobachtet werden. Tatsächlich spricht man vereinzelt in manchen Medien davon, dass die Kletterer vor sich selbst geschützt werden sollten. Und das Problem ist, natürlich sind die, vor allen Dingen die erwachsenen Sportler, für sich selbst verantwortlich und müssen selbst entscheiden, inwiefern es schlau ist, sich so zu verhalten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in den 80er und 90er Jahren beschlossen, dass Doping keine Möglichkeit ist, einen fairen Wettbewerb im olympischen System, beispielsweise aber generell im Wettkampfsport, zu etablieren. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen beispielsweise, dass Doping erlaubt werden sollte, damit man eben nicht mehr ständig den Kontrollen hinterherläuft und die ganze Zeit das Problem hat, dass vereinzelte Leute deutlich geschickter dopen und deshalb einen Vorteil haben, weil sie nicht erwischt werden und trotzdem dopen können. Diese Stimmen sind aber zu kurzsichtig. Denn Fakt ist, wenn alle Leute dopen würden, dann würden das die Leute einfach immer weiter, 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 weiter auf die Spitze treiben, immer weiter übertreiben, bis es eben zu dem Punkt kommt, dass Athleten an ihrem Doping sterben und das in kürzester Zeit einfach nur für den kurzfristigen Erfolg. Denn wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang einer gewissen Leistung hinterherläuft und etwas erreichen möchte, dann kann man nicht ausschließen, dass es Menschen geben wird, die dafür bereit sind, auch ihr Leben zu riskieren. Und das sollte wirklich nicht der Sinn von Sport sein. Hier ist es relativ ähnlich. Wenn wir sagen, die Leute sollen doch einfach tun, was sie wollen, denn es sind erwachsene Sportler, dann haben wir erstens das Problem, dass der Nachwuchs ebenso agiert und das ist gerade bei noch wachsenden Körpern wahnsinnig gefährlich, haben wir auch gerade gehört. Auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, dass dann im Erwachsenensport einfach nicht enden wird und wir letztlich, wenn wir sagen, wir reglementieren das nicht weiter, unterm Strich mit sehr vielen Skeletten, die herumklettern, es zu tun haben werden. Und diese Sache ist relativ einfach zu lösen, indem man sagt, es gibt einen Mindest-BMI, es gibt Beobachtungen der Sportler, es gibt eine gewisse Grunddokumentation, die Teams führen müssen und verpflichtend abgeben müssen, damit klargestellt werden kann, dass alle Sportler unter einem gesunden Standard trainieren, zumindest halbwegs gesund, denn Leistungssport ist nie so richtig hundertprozentig gesund. Damit man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, was Red S im Prinzip mit einem macht, kann man auch die Sportärztezeitung fragen. Die Sportärztezeitung sagt nämlich, dass die Symptome doch recht vielfältig sind und gar nicht mal so unproblematisch. Man spricht hier von Infekten, Verletzungen, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Stresslevel und Nervosität sind erhöht, Schlafstörungen, kalte Hände und Füße, Nachtschweiß, Kopfschmerzen, Wassereinlagerungen, Verdauungsprobleme, gesenkte Libido, depressive Verstimmungen und gesenkte Konzentration. Das alles sind Folgen von Red S, diesem doch recht problematischen Relative Energy Deficiency Syndrome. In Sports Syndrome. Die Problematik ist dabei, dass wir dieses Red S-Syndrom kennen und dass es im Klettersport schon lange das Problem gibt, dass zu wenig gegessen wird und zu viel trainiert wird und dass die Kombination davon letztlich Gift ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber das lässt sich ja ganz einfach lösen. Einfach BMI hochsetzen und sagen, komm, wer ungesund ist, darf nicht mitklettern. Oder wer ungesund ist, kriegt Strafen. Oder es gibt halt irgendwelche Sanktionssysteme auch innerhalb der Wettbewerbe und so weiter und so fort. Das könnte man alles machen. Das Problem ist nur, wir haben einen Weltverband, der ja aktiv dagegen arbeiten möchte. Das ist der IFSC. Also die IFSC, der Weltverband, die da aktiv dagegen arbeiten möchte, dass es dieses Red S-Syndrom gibt. die machen das nicht richtig. Das ist das Problem. Denn es gibt, so sagen es einzelne Stimmen aus der Branche, es gibt die Vermutung, dass die IFSC kein Interesse darin hat, einen schlechteren Sport zu erzeugen, dadurch, dass die BMIs steigen, der Athleten, und dadurch weniger Leistungsfähigkeit abgerufen werden kann. Denn der Klettersport steckt so ein bisschen in der Krise, also das behaupte nicht ich, sondern das sagt man sich halt so, der Klettersport steckt so ein bisschen in der Krise, dass er jetzt gerade an Aufwind, also an Aufwind erfährt, und immer mehr Leute sich für den Sport interessieren. Aber auf der anderen Seite leider auch dadurch dieser Hang zum Spektakel immer weiter steigt. Die IFSC setzt sich da selbst sehr stark unter Druck, möchte immer spektakulärere Events und Kletterszenen produzieren, damit diese Öffentlichkeits wirksam ausgestrahlt werden können. Und das führt letztlich dazu, dass entweder die Routen immer spektakulärer, aber vor allen Dingen gefährlicher werden. Und auf der anderen Seite führt das dazu, dass wir natürlich auch Athleten haben, die sich daran anpassen wollen und müssen, um eben auf der internationalen Bühne mithalten zu können. Und die Kombination aus diesen beiden Seiten führt dann letztlich dazu, dass es einen starken Zuwachs an Verletzungen gibt. Das hat auch der Trainer des deutschen Nationalteams bereits schon mal angemerkt, dass es mehr Schulterverletzungen gibt als in den letzten Jahren. Was eben damit zusammenhängt, dass es einfach zu viele, zu schwierige oder zu gefährliche Boulder oder Leadrouten gibt, die jetzt gesetzt werden, einfach weil die IFSC Bilder braucht. Die IFSC will Bilder erzeugen, die sich gut verkaufen lassen, um den Sport wachsen zu lassen. Man kann die IFSC kritisieren und man wüsste eigentlich gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Es gibt so viele Dinge, die einfach falsch laufen, von der Moderation, von den Geldern, von den Einnahmen, die generiert werden. Es ist alles falsch. Die IFSC ist an allen Ecken und Händen mit Problemen überseht und wenn man intern mit Leuten darüber spricht, die ebenfalls da drin stecken, dann weiß man eigentlich relativ schnell, dass das kein Verband mehr ist, der für die Athleten so richtig da ist, sondern einfach ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Die, ja, wo einfach eben alle Risiken und Nebenwirkungen sozusagen mitkommen. Nur problematisch wird es eben dann, wenn die Risiken und Nebenwirkungen ganz konkret die Athleten betreffen. Und in diesem Sinne ist Red S etwas, worüber man in der Kletterwelt redet und was auch medial jetzt erstmals endlich vor den Vorhang geholt wurde, denn es ist ein größeres Problem, als man glaubt. Aber bisher war es eigentlich immer nur eine Sache, die niemanden so richtig interessiert hat und erst als jetzt sozusagen der Präsident oder beziehungsweise der Berater das IFSC im gesundheitlichen Sinne zurückgetreten ist von seiner ehrenamtlichen Funktion, hat man erstmals gemerkt, okay, scheinbar gibt es da wirklich ein doch eher größeres Problem. Das zweite größere Problem ist, auch im Sinne der Vorbildwirkung, die Athleten halten sich natürlich zurück. Man beißt nicht so gerne die Hand, die einen füttert und das hat zur Folge, dass sich Athleten eigentlich nur geringfügig oder in geringem Ausmaß darüber beschweren, wie die IFSC hier arbeitet. Schubert beispielsweise hat in der Auskunft, die er dem Standard gegeben hat, nur sehr vage etwas dazu gesagt und gesagt, er achtet gar nicht so sehr auf sein Gewicht. Das ist natürlich nicht wirklich hilfreich. Das war ja nicht die Frage in dem Sinne, sondern es sollte eigentlich das grundsätzliche Problem eingeschätzt werden und das möchte er dann eben nicht so wirklich kommentieren beziehungsweise weicht er relativ stark davon aus und sagt, es ist eher ein Problem, das wahrscheinlich bei weiblichen Aktiven präsenter ist, ist so seine Aussage. Das ist grundsätzlich korrekt. Trotzdem erwarte ich mir persönlich, gerade von einem österreichischen Athleten, dass es hier einfach mehr aktive Stellungnahmen dazu gibt, denn es ist ein Problem, dass unsere Community der Kletterer betrifft, auch die Hobbykletterer übrigens betrifft, das mittlerweile sehr stark, die sich ja auch immer weiter verbessern wollen und deswegen sollte man es mehr so machen wie Janja Garnbrett, die das ganz aktiv kritisiert und ich zitiere auch hier Janja Garnbrett wollen wir eine weitere Generation von Skeletten großziehen und wenn Janja Garnbrett das sagt, die mit Abstand beste Kletterin der Welt, dann sollte man das meiner Meinung nach ernst nehmen und ganz klar als eine Warnung verstehen und nicht nur die IFSC sollte sich das hinter die Ohren schreiben, sondern auch die Kletterer per se, die das als Hobby machen und vielleicht auch daran denken, dass wenn Klettersport für sie wirklich alles ist, was ich sehr gut verstehen kann, weil es ein wirklich sehr schöner Sport ist, man sich trotzdem immer in einem gesundheitlich einwandfreien Rahmen bewegen sollte, ganz unabhängig davon, ob einen das Klettern interessiert oder nicht, das gilt genauso fürs Trailrunning, das gilt genauso fürs Trailrunning im Hochgebirge und es gilt auch, wenn man auf die Zugspitze will. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses neue Format, ist es ja eigentlich nicht, das Format ist schon alt, uralt sogar, schon fast zwei Jahre alt, ich hoffe, dass euch dieses Setting jetzt deutlich besser gefällt, wenn ihr den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag habt, dann schreibt ihn mir gerne in die Kommentare, wenn euch dieser Pilot gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und vielleicht wird dieses Format so in diesem Stil auch fortgesetzt, wenn es euch interessiert und wenn nicht, dann ja, nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch bis zum nächsten Mal, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Berghall!